Hallöchen meine lieben Proide und ich bin wieder da und wir spielen Proide Back 2. So, lang habe ich kurze Pause gemacht, weil ich auf letzte Zeit spiele ich nicht mehr ja, ich kenne sie nur am Maidfach Mal sehen Scheiße, der legt mich so kommen wir zum diese letzte abschluss kill wenn ich bekomme irgendwie ein schuss wenn ich kill jemanden genau ja klar ich hasse ja kämpfer ich muss mir das schlägen toll Oh Junge, ich musste ja so schießen, meine Fresse. Ich hecke mich. Ich habe dich nicht abgeschießen. Granate in Bewegung! Lärtschaft! Kraftgranate geworben! Ich hab dich! Mein Abschalter, die Patrouille! Ach toll. Wir haben die Kontrolle übernommen. Wir haben die Kontrolle übernommen. Oh Junge! Ah Junge ich wollte nur an Achladin Das kann nicht sein Ich hasse die Camper so ne Scheiß Die Camper und dann kannst du die Schwärze abschießen Ich hoffe hat euch dieser Gameplay gefallen Bitte nicht vergessen zu bewerben und bis nächstes Mal Tschüss